Von den königlichen Verpflichtungen haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry schon lange verabschiedet. Sie führen ein Leben abseits des royalen Protokolls in Kalifornien, dort, wo Meghan geboren und aufgewachsen ist. Nun sprengt die frühere Schauspielerin auch die letzten Fesseln des Palastes und kehrt zurück zu ihrem alten Leben. Neue Fotos zeigen die 42-Jährige gemeinsam mit ihren engen Freundinnen Kelly Mackey-Safen und Abigail Spencer. Das Trio zeigt sich in identischen T-Shirts mit der Aufschrift Love Like A Mother. Ihre Freundin Kelly vertreibt die T-Shirts für einen guten Zweck. Der Erlös geht an Aliens of Moms, eine Community, die junge Eltern unterstützt. Mit ihren Freundinnen genießt Meghan ganz offensichtlich eine unbeschwerte Zeit. Etwas, das ihr nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry lange verwehrt blieb. In ihrem berühmten Interview mit Oprah Winfrey erzählte Meghan, dass der Palast sich in ihre Freundschaften eingemischt habe. Sie sollte sich nicht einmal mehr mit ihren Freunden zum Mittagessen treffen, verriet sie im Interview. Ihre Zeit im Palast muss sich für Meghan wie ein Leben im berühmten goldenen Käfig angefühlt haben. Umso mehr scheint sie ihr neues, altes Leben zu genießen. Freunde treffen, wann immer sie Lust hat, mit ihnen Erinnerungen schaffen und Abenteuer erleben. Glücklich strahlt Meghan auch auf den neuesten Bildern in die Kamera und macht damit ein für allemal klar, dass sie ihre Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben nie wieder aufgeben wird.